Hallo, ich bin Teddy Kunicic und seit 24 Jahren bei Carrier tätig. Aus Ismaning in Deutschland arbeite ich für Carrier Europa als Produktmarketingmanager für Turboflüssigkeitskühler und Wärmepumpen. Meine Aufgabe ist es, die Marktanforderungen der einzelnen Länder zu sammeln, auszuwerten, um daraus zukünftige Potenziale für neue Produktentwicklungen abzuleiten. Eine weitere Aufgabe ist es, neue Produkte von der Entwicklung bis zur Markteinführung zu begleiten und Schnittstelle für Vertrieb, Technik und Kunde zu sein. Ein Beispiel für ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist die Erstellung des Pflichtenheftes für die neue Turbo-Wärmepumpe. Hierbei gilt es, die Anforderungen von heute auf die nächsten 10 Jahre zu projizieren, da dieses Produkt einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Fernwärme in Europa beitragen wird. Was mich am meisten begeistert ist, bei dieser Entwicklung der Produkte von morgen beteiligt zu sein. Insbesondere die Turbo-Wärmepumpe, die ein Schlüsselprodukt der Zukunft sein wird, macht es mir großen Spaß, mit Kunden und den Kollegen aus USA, Europa und Asien zusammenzuarbeiten. Unter den Carrier-Werten ist mir der gegenseitige Respekt am wichtigsten. Vom Auszubildenden bis zur Führungskraft sollten alle gleich und mit Respekt für ihre Fähigkeiten und ihre Arbeit behandelt werden. Respekt und Vertrauen ist auch die Grundlage meiner täglichen Arbeit, die ich bei Carrier immer verspürt habe und mir die Energie gibt, die Arbeiten zu bewältigen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020